So, hallo und grü... Was wollte ich sagen? Guten Morgen oder was auch immer, ist auch egal. Los, wir sind wieder in Stardio Valley und es geht weiter. Heute ist der erste Frühling. Los, raus aus den Federn. Wir haben eine Menge vor im Frühling. Maro ist schon auf, sehr gut. Oh ja, wir müssen uns erstmal um die Tiere kümmern. Und dann müssen wir hier alles frei machen. Und nee, erstmal müssen wir Samen einkaufen. So, ihr dürft hier gleich mal raus. Ja, nun geht auch raus. Das Spielchen, das kennen wir ja. So, dann gehe ich eben erstmal zum Großvieh. So, Käse einsammeln ist leider nicht viel. Aber das ändert sich jetzt bestimmt wieder. Denn die Kühe können da rausgehen und... Oh, Moment, ich will auch gerne nochmal schauen, wie viel Stroh das Ganze gekostet hat. Ja genau, wir müssen auch wieder... Ja, okay, wir müssen auch wieder Gras anbauen. So, na endlich, geht mal was. Okay, da weiß ich es jetzt auch, geht nicht. Okay, ich glaube, ich schenke mir den Rest. Okay, hat auch keine Milch. Dann die Ziege. Oh, halt, halt, halt hier geblieben. Okay, keine Ziege, äh, keine Milch. Auch nicht. Komm, eine Kuh haben wir noch. Auch nicht. So, ich werde jetzt diese Milch und den... Ja, den Käse sowieso nicht. Ähm, die Milch... Oh, Mensch. Nicht da reinpacken. Weil ich die nämlich brauche. So. Jetzt erstmal hier... Oh, das Ei auch. Sehr gut. So, so, so. Es wird demnächst keine Mayonnaise mehr geben. Denn ich habe ja mir eine Freundschaftsliste gemacht. Und mir nachgesehen, ähm, wer was gerne haben will. Da habe ich jetzt eine ganze Liste davon. Und da sind auch viele Leute dabei, die gerne Eier mögen. Und deswegen werde ich die Eier aufheben. So, haben wir und verschenken dann. Nein, wir haben noch nicht, äh, neun Uhr. Oder wann macht denn der Supermarkt auf? Also hier, naja, ihr wisst schon. Wo ist der denn überhaupt? Pierre. Um neun, okay. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, um hier was wegzumachen. So. Oh, da haben wir... Wir haben sogar schon Kirschen, ne? Das ist gut. Das wird wieder ein anstrengender Tag heute. Mit all dem Gehacke da. Ähm, da. Spitzhacke. So. Und dann noch das Holz, das da unterm Schnee gelegen hat. Und hier noch. So, ich glaube, das sieht alles recht gut aus bislang hier. Ja, dann... Fange ich doch mal gleich hier oben an. Jawohl. Ja, das ist jetzt wieder anstrengend und dauert, aber wir kriegen das hin. Oh, wir haben schon neun Uhr vierzig. Okay. Moment mal. Das Ding hier? Das steht doch hier falsch. Das kann doch gar nicht sein. Egal, wir müssen zu Pierre. Wir reiten mal hin. Wir müssen zu Pierre und, äh, Sämereien einkaufen. Unmengen davon. So, ich hab mir... Moment. Ich hab mir eine Liste gemacht, wem ich was gerne, äh, schenken will. Ähm, Pierre könnten wir auch was schenken. Wenn ich da grad was im Inventar hätte dafür. Aber Moment mal. Hier, für den Doktor, haben wir doch... Auch was. Oh, da geschieht was. Hallo, hallo. Ist jemand da draußen? Anscheinend nicht. Oh, doch. Dieses Doktor H, äh, bei 52 Nord, 34, äh, 43,5 Ost. Äh, suche... Was? Aerial... Response. Äh, ich suche... Also, ja. Keine Ahnung. Ich versteh's irgendwie, aber ich kann's nicht übersetzen. Ist jemand da draußen? Es antwortet aber niemand. Copy. Dr. H, äh, was? On the ground. Auf dem, auf dem Boden. Äh, hier ist, äh, Blackbird Pfeiffer. Pfeiffer Sulu, was? Ich versteh's nicht. FFZ. Irgendwas zu berichten? Oh, er freut sich. Jemand ist da. Er hat wohl Funkkontakt irgendwie hergestellt. Äh, äh, ich meine, äh, Standard, äh, Boden-Report. Wind, äh, bei drei Klicks, 36 Grad Nord von West. North of West. Ja, keine Ahnung. Nord-West. Nord-Nord-West. Bodentemperatur bei 52 K... Äh, 42 K... Luftfeuchtigkeit 53. Dr. H, raus. Haha, jikes. Ah. Hahaha. Ja, du sollst ja gleich noch Kaffee kriegen. Also, dein Puls geht mit ihm durch. Ja, er begrüßt mich. Larion. Äh, auskommst du? Äh, nee, ich frage ihn, was geschehen ist. Äh, nun, äh, siehst du, ich hab gerade, äh, ich war gerade an meinem Funkgerät hier und ich habe Kontakt gemacht zu einem, äh, ich hatte Kontakt zu einem richtigen Piloten. Ja, das freut sich dann. Ähm, tatsächlich können wir ihn wahrscheinlich gerade, äh, über uns hinwegfliegen sehen. Äh, jetzt geht er zum Fenster und schaut raus. Schnell, komm rüber hier. Ja, ich komm ja schon. Da, schau. Und jetzt sieht man ein Flugzeug, wie es da rüberfliegt. Ja, haha. Da ist das Flugzeug. Mach gleich doch mal mit den Flügeln. Nee, tut er aber nicht. Oh, schade. Aber wir haben ihn gesehen. Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Pilot zu werden. Aber mit meinem schlechten Augenlicht und, äh, meiner, meiner schlimmen Angst vor Höhe, begann dieser, ähm, dieser Traum zu verblassen. Hm, ja. Das ist natürlich schlecht. Hm. Ja, ist schon in Ordnung. Sei nicht traurig. Ich habe mich damit abgefunden. Nicht jeder kann seine Träume verwirklichen. Äh, das ist immer so, wie die Welt ist. Ja, leider stimmt das. Ja, lass mich, lass mich dir mal meine, meine Modellflugzeuge zeigen. Äh, ich habe gerade eben die, die neueste TR, äh, Standard Bird Deluxe, äh, fertiggestellt. Und jetzt sehen wir die, die Modellflugzeuge. Ach so. Ja, haben wir, haben wir uns angeschaut. Jetzt gehen wir wieder weiter. So, jetzt kriegst du erst nochmal deinen Kaffee. Moment mal. Kaffee. Ach, jetzt habe ich den Eimer noch im Inventar. Na gut. So, guck mal. Hier ist noch ein Kaffee. Für deinen schönen Morgen hier. Okay. Mal schauen, wie viel wir noch hinkriegen da in Sachen Freundschaft. So, dann, also hier, zu Pia. Pia. Was mag Pia denn? Moment, ich schaue mal eben nach. Ähm. Oh, er mag auch Eier. Und Milch. Schau mal, Pia, dann kriegst du gleich mal, ach komm, eine Milch. Ach nee, aber Milch mögen auch andere noch. Hier, dann kriegst du ein Ei. Aber nicht das Void-Ei. Das, äh, ist nicht so beliebt. So, guck mal. Hier, ich habe ein Ei für dich mitgebracht. Und Abby, was mag Abby denn nochmal? Amethyst, Kürbis, Quarz. Äh, nee, habe ich nicht mit. Und wer ist das? Marni doch, oder? Ähm. Ähm, ja, auch Eier. Moment, Marni. Und auch Milch. Komm, dann kriegst du eine Milch. Okay. Achso, ja, Moment. Ich wollte, äh, Abby? Also, für Abby habe ich leider nichts mit. So, ich wollte was kaufen. Ah, und zwar Kartoffeln. Oh, natürlich, Moment. Kartoffeln, jede Menge Kartoffeln. Und davon, achso, ich muss das weglegen hier. Davon auch jede Menge. Tulpen, ja. Aber hier, Grünkohl. Knoblauch, oh ja, Gras. Aber Gras haben wir noch ein bisschen was. Ähm, ich weiß zwar gerade nicht, wo in irgendeiner Kiste. Ja, ich denke, wir haben erstmal genug davon. So, wir sind sogar schon ein paar Geschenke losgeworden. Also, das Wichtigste ist jetzt, dass wir, ähm, äh, ja, hier den Acker wieder bestellen können. Äh, so, dann mache ich jetzt gleich mal hier weiter. Und dann, wenn es regnet, müssen wir angeln gehen. Nämlich diesen großen Fisch hier. Diesen, diesen berühmten, berüchtigten Fisch. Ne, Moment. Da. Das kann man nämlich nur bei Regen machen. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen nachzusehen, ob das auch irgendwie an eine Wurzeit gebunden ist. Ja, aber das kriegen wir schon hin. So, da noch einer. Na, Moment, das ist wieder Konzentrationsarbeit hier. Halt, von da unten. So, da kann ich ja noch eins hochgehen hier. So, und du stehst hier verkehrt. Ja, ist gut. So, du musst da einfach weg. So, na, äh, komm hier, da. So, dann pflanze ich die Vogelscheuche gleich wieder an. Wechseln wir einfach mal das da. So, du kannst dann dahin. Das sind ziemlich viele, da. Aber egal. Oder hatte ich die da im Feld stehen lassen? Weil es dann ohnehin egal ist? Ach, ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Machen wir einfach hier weiter. Oh, das war schon richtig so. Also, ich habe irgendwie vor, das ganze Feld hier noch umzugraben heute. Aber, äh, ja, da muss ich was essen. Das ist eben anstrengend. So, so. Ja, das ist leider jetzt sehr mühselig hier. So, okay. Ah, das erste hätten wir schon. Vielleicht wäre es sogar einfacher, wenn ich die Dinger, diese Sprenkler wegmache und sie dann mit allem zusammen dann, also das ganze Feld dann neu mache und die dann wieder hinsetze. Aber, naja. Nein, eins weiter vorne. So. 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 Ach, Moment, das ist ja schon hier die letzte Haie. Sehe ich ja jetzt erst. Ach, komm, hier. Da. So, okay. Da bin ich ja fast durch. Das Anpflanz geht ja dann schnell. Aber gießen werde ich nicht mehr. Das soll dann einfach mal so über Nacht geschehen. Ne, das ist mir dann zu aufwendig. Ich habe zwar eine Gießkanne und das ist auch eine gute Gießkanne, aber nö. Ich bin froh, dass die Gießkannenzeiten vorbei sind. Die waren lange genug. Oh Mann, das waren noch Zeiten. Das war noch... Ja, das ist lange her. So, Kraft habe ich auch noch ein bisschen. Ah, ja, hier ist er noch. Da ist noch was. Hier dieser große Sprenkler. Ach, wie sieht's denn im Dings aus, im Gewächshaus aus? Na, komm, hier. So. Da sind wir jetzt noch hier. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich in diese Richtung. So, und das hier kann doch auch noch. Mein nicht denn wohl. So, da und... Nö, das war zu hoch. Nee, doch nicht. So, und die zwei noch. Ja, so sollte es sein. Dann will ich mal anfangen, hier mit dem Grünkohl. Oder nee, erstmal mit den Kartoffeln. Erstmal die Kartoffeln. So, hier mal Kartoffeln. Ja, wir haben noch genügend Zeit. So, einfach mal Kartoffeln hin. Ich würde gerne wieder möglichst, äh, äh, das möglichst am Stück machen. Ähm. Kartoffeln, ja, ich hab noch genug Kartoffeln. So. Da noch, dann nehm ich auch... Oh, ich hab nur noch sieben Kartoffeln. Ja, egal. Hier, komm. Kartoffeln hin. Da noch hin. Und da, und da, und, äh, da unten. Die letzte. Gut, dann machen wir weiter. Was haben wir denn noch eigentlich? Da war doch noch was. Hier, das da. Ja, machen wir mit Grünkohl weiter jetzt hier. Einfach mal ne Reihe hoch, ne Reihe wieder runter. Genau, und hier dazwischen. Da dazwischen, da drunter. Und dann die nächste Reihe hoch. Bis wir keinen mehr haben. Aber, wir haben jetzt da schon ziemlich viel. Ja, komm, dann machen wir diese Reihe hier noch. Und dann wechseln wir über auf dies hier. Denn ich will ja auch von dem anderen Zeug was haben. Jetzt haben wir nur drei verschiedene Feldfrüchte hier. Aber das, ja, ist egal. Das sind die teuersten. Das heißt, ich bringe auch am meisten Ertrag. Und dann, ähm, dann soll das gut sein. So. Ja, ist gut. Ich, ich wollte das gar nicht wissen. So, huah. So, der hat das gerade da rein. Und ich habe hier noch einige Sachen zu verschenken. Und ich habe auch nachgeschaut. Moment, ich röbe eben mal das da weg. Das Holz kann weg. Die Fasern können weg. Ah, hier haben wir so ein Ding. Ja, genau. Was sind das? Käse. Okay, der Käse kann verkauft werden. Ich habe doch da vorne diese Geschenkekiste. Da werde ich jetzt mal diese Sachen da reinpacken. So, dies und die Wolle, den Ziegenkäse, mögen die Leute auch. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Okay, ja. So, das kann verkauft werden. Ja, ich habe das Monster schon gesehen hier. Moment, was hatte ich da jetzt noch? Ach, das hier. Genau, richtig. Das wollte ich ja auch anpflanzen. Na los. Auf sie. Okay. Jetzt habe ich sowas. Ja, wir wollten auch noch zu Robin und schauen, was es denn da so für Gebäude noch gibt. Oder haben wir das schon gemacht? Also, auf jeden Fall wollte ich... Achso, ja, und das hier. Ich wollte ja noch Gebäude haben. Hm. Das kann alles weg. Also, fast alles. Den Tintenfisch schiebe ich auf. Es lohnt sich nämlich, diese Sternchen-Sachen zu verkaufen. Und alles andere in die Dingskiste zu stecken. Oder habe ich sogar noch eine Kartoffel? Lass ich an. Das ist der Pawsnip. Irgendjemand wollte die gerne. Oh, Dandelion muss ich aufheben. Und Daffodil auch. Die, das mögen die Leute. Oder zumindest manche. Eine Frucht. Ja, die kann ich aufheben. Das kann ich alles aufheben als Geschenke. Oh, richtig. Sweet Pea. Ja, das kann weg, glaube ich. Und das, glaube ich, mag... Oh, weiß ich jetzt nicht. Nee, den Rest hebe ich auf. So, alles da rein. Was ist denn das hier? Winterwurst. Nee, das glaube ich nicht. Radish. Nee, das aber schon. Bok Choy. Nee, das weiß ich nicht. So, und Poppy. Poppy mag niemand. Bis auf eine Person, glaube ich. Aber das weiß ich jetzt nicht. Fairy Rose. Ja, die sind auch beliebt. Okay, ach so, ja. Lassen wir. Spicy Berry. Sweet Pea. Das weiß ich jetzt nicht. Nee, dann kommen die mal weg. Daftal, ja, das weiß ich. Krokus. Nee, mag niemand. Das kommt dann auch weg. Daftal. Ja, okay. So, dann habe ich ja noch ein bisschen was für die Kiste. Äh, nämlich dies, 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 dies. Das schmeiße ich jetzt auch da rein. Das kommt auch weg. Das da, das da alles rein hier. So. Da haben wir ja gleich fette Einnahmen. So, äh, ich mach mal den Stall zu. Ach, und ich wollte ja noch schauen, wie viel Heu wir haben. Wo sind, hier, da vorne. Hallo. Hallo, ich will ja nachschauen. Aha, hier. Ach, wir haben ja noch genug. So, mal dazu. Guck mal, da ist sogar schon eine Trüffel. Da, kaum sind die Schweine von draußen. Hat es sich schon wieder gelohnt. Ich werde hier mal noch, da ich jetzt Zeit habe, hier noch ein bisschen wegmachen alles. Dann müssen wir da wieder Gras ansehen. Apropos Gras ansehen. Aua. Oder ist eine Kuh draußen, die es nicht mehr reingeschafft hat? Ja, dann bist du selber schuld. Da musst du dich ihm beeilen. So, das wird alles mit Gras wachsen, äh, Vollwachsenern. Äh, wo hab ich das, das Gras eigentlich? Kann ich ja noch ein bisschen was in die Erde stecken. Oh, guck mal, die Dinger sind auch fertig hier. So, vielleicht hier auch weg. Wo war das denn? War das hier drin? Ähm. Ja, hier. Kommt, das, das machen wir gleich mal. Und zwar will ich gerne da unten anfangen. So. Halt, ich muss ein bisschen näher dran. Aua. Hallo, steckt doch das Gras in die Erde. Es wird dunkel. So, noch ein bisschen da rüber. Ach, was soll alles aus der Erde gekrochen kommen? Das ist ja unglaublich. Nö, ich geh jetzt ins Bett. Das wird mir jetzt zu viel hier. Ähm, ich pack das Gras jetzt mal da rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es da her habe. Ja, das kommt auch weg in die Kiste hier. So, Trüffel will auch eben jemand. Weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Aber kommt mal hier in die Geschenkekiste. Eigentlich will ich jetzt noch gar nicht ins Bett gehen. Ach ja, okay, dann geh ich eben. Wenn's schon so spät ist. So, los. Rein ins Haus. Oh ja, und, 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 äh, wie ist es mit Geburtstagen? Äh, am Donnerstag hat Kent und am Sonntag noch der, der, ähm, der Bürgermeister. So, ähm, Moment, bevor ich eben ins Bett gehe. Ach, das kann ich aber eben noch machen. Ich kann ja immer noch nachschauen. So. Kent, mag gerne Eier, Früchte und Daffodil. Ha, siehste. Haben wir ja alles da. Und der Bürgermeister? Ähm, wie heißt der nochmal? Luis. Chili, Blaubeere, Kaktus und Kokosnuss, hab ich aufgeschrieben. Ja, wir haben davon einiges und davon. Ja, weil ich ihm so viele Goldsachen weg, äh, gegeben habe. Ja, für den ersten Frühlingstag ist schon ein gutes Einkommen. Örthamne. Åtrhe Ändrei. Woran ist das allen Stevens?